herrung es kommt zu einem neuen video heute spielen wir irgendeine story ich weiß ich weiß auch nicht sommercamp sind leider zu dritten er gebrauchten zwei leute ich hoffe das funktioniert 3 und gott hat er nicht das ist nur dem also alle die ihr hofer nicht mögen absteu ist kein problem also angeblich das ist immer schon kenne ich das viele schon über youtube oder hallo zusammen willkommen im sommerlangen wir haben viele lustige aktivierten für den sommer geplant hier zu deinen kabinen trifft die leute mit denen du punkten also in der ja wenn ich auch ich glaube wir gehen alle drei in allem ich glaube es wäre jetzt wende jeder hat eine einzelne kabine platz also hier schloss ich gehe oben ich bin oben mittagszeit alle in die kürtchen essen und ja ja das ist ja einfach ich würde es helfen aber was sehe ich denn da also zwiebeln salat tomaten ich glaube gurk wir machen was alles ich habe gar nichts käse ich würde gar nichts ist ganz ehrlich erscheint das bürger zum Glück Amy wieder textjahre eingeblendet nicht es ist ein Bogen nicht wichtig nein herrlich Ja, Gott sei Dank. Ich bin nur noch alle Fachen zum Sieg. Irgendwann schon wüsste. Ich lecke die Kinsch aus. Davon ist nur mehr. Ach, nur zu weiß. Sagen Sie mal hier vorfühlen, da ist es alles hier auch abgesperrt, weil ich hab keinen Bock an einen Job holen und so. Weil Sie in Storys, also ich kenne Sie das Game, Roblox, das ist das beste Game. Und das ist das Problem, es gibt eine Obby, eine Storys, nee, Escape. Und dann kommt man auf einmal in die Hölle, in die Kalination und so weiter. Und da habe ich keinen Mist. Ich... Ähm, fahren, Digga, wie lau. Ähm, okay. Oh, like. Gibt's hier noch. Oh, das erinnert mich ein bisschen nach Simon Hill. Es gibt, es gibt ja bei Simon Hill, glaube ich, was ich weiß nicht, so großen Turm und Darm, ähm... Wo, wo verschleppt der uns? Mitten wo? Oh, ich stehe vor, das Bank geht jetzt richtig fest. Hätte ich abgekühlt. Oh, oh. Das geht nicht weiter. Was? Es gibt eine Randliste. Top 10 Mal. 7000. Runter, 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 runter. ich brauche Luft, 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 Luft. Luft, 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 Luft. Dicke, 15? Und so? Dicke, wie hat der das Ding kennt? Bestimmt mehrere Ranks gehabt. Beeinigt! 1, 2, 1! 2, 2, 2, 1! Gesundheit! 2, 3, 2, 1! Also ich kann dir, ich kann schon mal sagen, ich bin mir besser! Ehemann gibt's schon! Okay, wie immer! Also ich esse ihn nur im Notfall, also ganz ehrlich, ne? Kommt du nicht mehr so raus! Wird du das ein Zelt? Und? Verpassen, so sieht Sally Tom hier! Sehr lieber lieber! Also... Oh da! I got it! Es gibt ne Seilbahn! Warum sind wir nicht mit der Seilbahn gefangen? Easy Erste! Warte, die Applaus hat! Das hätte ich jetzt nicht gedacht! Was ist das denn? Okay, wir müssen noch... Okay, wir müssen noch... Und wer hat das Entschuldigung? Ich bin jetzt in Ordnung... Ich bin mir wieder... Ein... Was? Marshmallow Bestimmt? so mag ich es am liebsten mit sich selbst erzählen erzählt es war einmal ein jahr und deswegen ist es wichtig dass jeder abonniert ich denke ich denke was passiert ich würde gerüchte und höchstwahrscheinlich nicht passieren um ja welche Kabinien 12 ich bin oben ja genau so bleibt 3 23 Uhr morgen Schule Scheisse oh ich würde sagen ich gehe nicht ich habe ich habe ich meine sie für euch hat die geschichte nicht noch nicht was wir gern einfach nicht zu läufe läuft die bau ich liebe stück ok was steht da die leute ein ja warum warum bin ich tot auch viele was ich glaube das was mit oder sind wir noch wie lange sind wir schon aktiv 15 Minuten ja ok gibt es viele Schnitte Blitzlicht Blitzquiz